Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2020 im März zusammen mit dem Jan. Hi! Wir werden diesen Monat März wieder unterteilen. Ich habe fünf Spiele, Jan hat sechs Spiele, da mein eine Spiel verschoben wurde. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Pause, was auch ganz lustig ist. Aber wir werden heute in Jans Folge drei Spiele sehen und in meiner Folge zwei. Und in beiden Folgen werden wir Euroleague-Hinspiel vom, was ist denn das überhaupt, ist das schon Achtelfinale? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, schaut bei beiden Kanälen vorbei und wir bereden nochmal kurz mit den Zuschauern selber. Viel gibt es eigentlich nicht zu bereden, außer dass ich gegen Eintracht Frankfurt spiele. Meine aktuelle Lage ist so lala, ja, denn Vorstand, Spiele, Transfer, Taktik ist eigentlich ganz gut. Bis auf, dass ich eben Bänder und so verkauft hatte. Deswegen haben wir hier so, ja, hm, ja, sind jetzt nicht so erfreut darüber. Ähm, aber ansonsten, das passt schon. Nur die Mannschaft, die steht nicht hinter mir und das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Die letzte Folge ist für mich ein bisschen länger her, aber ich glaube, das hatte ich auf jeden Fall gesagt, dass die Mannschaft nicht hinter mir steht. Ich gucke einmal, ob ich theoretisch nochmal eine Teambesprechung machen kann, äh, bevor ich meinen Spieltag habe, den ich am sechsten habe. Vielleicht sind die motiviert, vielleicht kann ich gegen Frankfurt ein überraschendes Ergebnis holen und dann, äh, das Ganze wieder rumreißen. Wenn man realistisch bleiben sollte, denke ich nicht, dass ich die Mannschaft wieder rumreißen kann und dann wird das gegen Frankfurt gegen Platz 3 ziemlich, ziemlich, ziemlich schwer. Und wenn ich da verliere, dann könnte diese Note schon von 3 minus, die ich ja insgesamt habe, auf eine 4 runtergehen und dann habe ich echt Angst zu meinem Job. Und das ist echt nicht geil. Wir werden uns überraschen lassen. Vielleicht spielen wir auch gar kein Achtelfinale mehr. Mal schauen, ich bin gespannt. RIP, absolut RIP. Nein. Der ist gekältet. Was soll ich jetzt machen? Ich muss ihm eine Injektion geben. Ja, ich glaube echt, Kai Harvats ist verletzt. Okay Leute, wir starten mit dieser Aufstellung rein, wir haben das jetzt so ein bisschen geändert. Also ich wollte Kai Harvats unbedingt spielen lassen, weil, äh, jetzt so kurz vor Spielbeginn, da nochmal Taktik gegen was zu ändern, dann Mittelfeld zu tauschen und dann links, rechts, um unten und so. Also, das war mir jetzt so doof. Wie gesagt, deswegen hier die Spritze. Vielleicht ist das ja sogar gut. Müssen wir mal gucken. Äh, Davis ist raus. Äh, den wechseln wir vielleicht mal ein. Aber mir wurde die Empfehlung gegeben und ich habe ausnahmsweise mal auf den, äh, Trainer gehört. Er hat gesagt, komm, Davis hat nur 97% Fitness. Äh, ist noch nicht so eingespielt bei uns. Lass ihn erstmal gegen Frankfurt draußen. Und da habe ich jetzt Paulinho reingetan. Ich habe Angst. Ich erwarte nichts in dem Spiel. Leverkusen gegen Frankfurt. Wir haben, wie gesagt, die beste Quote. Das hat mir noch nie Glück gebracht. Ich habe euch ja vorhin erzählt, was passieren kann, wenn ich nicht gewinne. Aber ey, guck mal, aktuell bin ich viel besser. Da muss eigentlich das frühe Tor kommen. Und wenn ich für... Oh mein Gott! Jetzt kommt noch! Das ist ein Pass. Jetzt nochmal! Oho! Wenn ich solche Spiele halt dann am Ende verliere und deswegen gefeuert werde, dann heul dich halt einfach. Das ist jedes Mal so bei mir. Wenn man früh führt oder wenn man allgemein führt und nichts zurückliegt, dann läuft das Spiel immer ganz, ganz anders. Und ich bin gerade absolut, alter, daran die Führung zu machen. Und ich hatte so eine gute Chance. Jetzt warum ist der nicht drin? Ey, ich kriege sowas kurz. Ich sehe schon 3-0 für die Niederlage. Es ist so nervig. Nein, nein. Safe erstes Tiglitz von Frank Motor. Oder Elfmeter. Komm, jetzt konnte er. Paulinho, komm, dich habe ich extra eingewechselt. Schöner Pass auf Holland. Es kommt noch irgendwie halbwegs an. Jetzt ist die Luft ein bisschen raus. Bailey kriegt den noch. Ja, das Spiel war das voll gut. Jetzt. Oh mein Gott! Havertz. Das ist eine krasse Donutaktik. Injektion. Injektion, oder? Yon. Nice. Weiß ich auch nicht. Ah, die Klopodia-Taktik. Ja, die habe ich schon immer wieder. Das ist doch so ein Prank, alter. Dass Frankfurt gegen mich Zeitspiel macht gerade. Oh Mann, ey. Das ist so traurig. Gleich safe so. Ja, alle sind enttäuscht. Nur 0-0 gegen Frankfurt. Ey, Leute. Da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will. Dass es okay ist. Aber wenn man 12 zu 5 Schüsse hat. Nur 3 aufs Tor. Okay, ja. Ja, aber da zählt ja auch der Pfostenschuss zum Beispiel nicht. Und was weiß ich. Also. Boah. Echt. Wir hätten schon gewinnen müssen. Ja, genauso wie es hier steht. Einfach Frankfurt hält das Unentschieden. Also. Man kann es nicht anders sagen. Sie haben es gehalten, das Unentschieden. Weil eigentlich wäre der Sieg hier für Leverkusen verdient gewesen. So, Leute. Wir starten genau so in das Spiel. In das Euroleague-Spiel gegen PSV Eindhoven rein. Und, Alter, was ist hier denn los? Karim Bellarabi ist mit in der Startaufstellung. Ich hasse den Spieler. Ich habe ihn an Jan schon verkauft. Aber er ist natürlich noch bis zum Sommer bei uns. Und deswegen zieht er die ganze Mannschaftsmoral runter. Und ich dachte, wenn ich ihn jetzt mal spielen lasse. Und dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal. Und vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Dann ist er wieder besser drauf. Wäre ganz nice. Natürlich, Leute. Ist klar. Auswärtsthofe wären schon ganz geil. Man muss auch sagen, PSV Eindhoven ist aber auch kein einfach, also kein schlechter Verein. Also, von daher. Unter den Querpass-Einstellungen musst du den Haken machen. Querpass. Ja. Und dann muss er noch einstellen. Jetzt querpass, querpass. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich auch gerade eingestellt, weil du es gerade gesagt hast. Hey, danke für deinen Tipp. Oh mein Gott. Danke für deinen Tipp. Ja, meine Stimme ist dann einfach besser. Alter, ey, wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann hätte er jetzt einfach geschossen. Ja. Eins, eins, auswärts, holen, holen. Uuuuh, wie der Jan voll. Uuuuh. Naja, dann darf ich ja spoilern, ich ja gar nicht, dass du ein Tor gemacht hast. Oha, er hat ein Tor gemacht. Wer ich? Ja, krass. Ja, ja, weiß ich. Seftig. Oder du spoilernst sogar schon wieder, dass die anderen Tor, oder dass ich noch ein Tor habe. Oh, Belagard, oh, Belagard, wie du aufgetanzt. Spoiler ich, dass du noch ein Tor machst. Ja. Wer passt? Oh, Davis. Oh, als ob. Oh, 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 oh. Und diesmal hat er aber nicht reingemacht. Ey, ich bin so enttäuscht. Als ob, das muss echt ein Fehler sein, ey. Das kann ja gar nicht angehen hier. Ich gebe das Spiel zurück. Oh, jetzt, Querpass, bitte, Davis. Nee, er schießt selber und er ist drin. Das war ein indirekter Querpass. Indirekter Querpass. Ja, hast du nicht gesehen? Nee, nee, nee. So, zweite Hälfte, ich habe Alario ausgewechselt. Der hat den Schlag abbekommen, der hat den Schlag abbekommen. Und ich muss ja Fitness ein bisschen beachten und will ja nicht, dass er sich weiter verletzt. Das spielt dafür jetzt dieser komische Typ hier, dieser Philopapu und so. Oh, jetzt, Davis, wieder ein Querpass. Und da ist doch dieser Philopapu-Belagabi-Davis-Pfosten. Oder? Nee. Füppopli. Oh, oh, ja, schade. Da hat der zweite Stürmer gefehlt zum Querpassen. Ey, das wäre so krass, wenn die halt so richtig Querpässe machen würden halt auch. So richtig? Ja, es ist halt so, zu zweit aufs Zor zu laufen und dann einfach rüberlegen. Ja. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass es hier überhaupt möglich ist, dass sie zu zweit aufs Zor laufen. Oh, jetzt Volland. Da, da, piep, oh, in der Mitte. Piepap, piep, pupu, in der Mitte, ja. Hui. Volland, ey, so schön, wie er das hier macht. Jetzt spielen die Mitte auf Piepap. Davies! Oh, Pieper, Davies. Nee, der ist es nicht, aber Alfonso Davies, der Fonsi, der Fonsi, jawoll. Yes. Ja, Waste Time jetzt. Ja, jetzt. Ja, ich stelle jetzt echt mal ein bisschen zurück. Alter, stell mal vor, wir spielen nächste Runde gegeneinander, ey. Ja, wie wenn du weiterkommst. Ich glaube, auch ich komme nicht weiter. Was? Bluetooth, ja, genau. Hey, Bella, Gabi, ist so ein... Oh, jetzt Davies! Oh, das ist doch noch ein Tor, ich hab' ja gesagt. Fonsi, der Fonsi! Yes. Du bist doch schon safe, Alter. Ja, wenn ich jetzt doch eins mache, dann ja. Was? Wie viele Tore willst du denn schießen? Ja, mehr als die Gegner. Du bist ja halt auch mit 3-0. Ja, eben nicht, ich verliere da richtig. 4-2 hast du gesagt, na, hoffentlich nicht. Ja, 4-2, okay. Nee, nee, geh weg hier, Eindhoven, soll weggehen. 5-1 eher so. Ecke, scheiße. Jetzt kontern, bitte. Pipapo, auf Bellagabi, jetzt Bellagabi, querpass. Er wollte schießen, der... Oh, die haben umgestellt. Ja. In der Dreierkette jetzt. Na ja, da war ich noch ein Tor. 3-4-3. Nee, da passiert nicht mehr. Oh, doch, vielleicht jetzt noch ein Tor? Davies, der ist jetzt aktuell richtig gut gerade. Ah, scheiß, passt. Aktuell richtig gut gerade. Weiser. Ta, weiser. Ta. Ah, und jetzt, auf, Vorland, der spielt jetzt in die Mitte auf Davis. Nee, doch nicht. Ja, ist vorbei. Nee, pfeift bitte einfach auf. Spielstopp, hallo. 4-2. Mach Spielstopp. Spiel 2. Spiel, alter die. Spiel 2. Jawohl, 4-1. Yes, das war ein gutes Spiel. Können wir jetzt bitte mal Lob bekommen, auch von den Spielern? Von Bellagabi vielleicht? Ja. Er so, oh, wir haben nur so hoch gewonnen, weil ich auf dem Platz hatte. Ja, nee, er sah extrem begeistert aus. Und es gibt auch andere, die nur begeistert aussahen. So, Leute, das war's auch schon mit der Folge. Mein Abschlussbericht ist natürlich gar nicht so schlecht durch diesen Sieg jetzt gegen Eindhoven. 4-1. Das war eine Hausnummer. Natürlich, ich weiß es, im Rückspiel wird Eindhoven alles geben. Sie müssen ja auch. Ich weiß nicht, ob ich da eher mauern soll oder ob ich da eher probieren soll, noch ein Tor zu machen. Keine Ahnung. Ich kann's euch nicht sagen. Aber, ähm, ich werde einfach probieren, das Beste draus zu machen. Wenn wir jetzt gegen Bremen auch noch es schaffen sollen, zu gewinnen, wäre es halt unglaublich wichtig. Gegen Frankfurt hätten wir auch wieder gewinnen können. Mann, ey. Wenn wir gegen Bremen aber gewinnen, wäre es unglaublich wichtig, weil vielleicht steigt dann so ein bisschen die Moral in der Mannschaft und allgemein die Atmosphäre, wodurch wir dann das PSV Eindhoven-Rückspiel gewinnen könnten. Und wenn wir das auch gewinnen, dann sind wir richtig motiviert und gewinnen gegen Jan. Das wäre einfach die perfekte Lösung für diesen Monat. März. Und dann haben wir im April zehn Spiele, weil wir ja jetzt schon hier fünf drin haben und dann noch zweimal Euroleague. Das ist auf jeden Fall alles ganz, ganz verrückt. Ich wünsche natürlich auch Jan, dass er weiterkommt. Vielleicht treffen wir ja sogar noch mal aufeinander. Das wäre absolut verrückt. Ich bin gespannt. Ja. So, und damit haben wir den halben März hinter uns gebracht. Die nächste Hälfte sehen wir nächsten Donnerstag. Wie gesagt, schaut beim jeweils anderen vorbei. Lasst mir das gerne, wenn es dir gefallen hat. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.